Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dying Light. Ja. Wir sind jetzt hier. Wie kommen wir hier raus? Ich weiß es nicht. Und ja, wir wollen zum Gefängnisboot. Leider hat er hier irgendwie gespeichert. Ich weiß es nicht, wie schlecht das für mich ist. Weil wir sind ja schon hingelaufen. Und wenn wir jetzt Pech haben, müssen wir wieder. Relativ weit laufen, naja. Gut. Da bin ich mal gespannt. Äh, in die Richtung weiter. Zack, zack, zack. Er kann nicht mehr. Er ist kaputt. Ich finde es sehr schade, dass er da nicht speichert. Ah, verdammt. Ich hab... Ja, ich hab noch den Afterburner an. Sorry dafür. Hab ich ganz vergessen auszuschneiden. Mist. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Zack. Oh, diese, diese... Die Seilwinde und Dings da ist so genial. So, wir warten jetzt, bis das da unten aufgefüllt ist. Leben ist okay. Medipacks haben wir 13. Und er ist voll. Wie mal spannend. War ich noch nie übrigens. Gefängnisüberfall. Jawoll. So. Alles klärchen. Hier regnet's. Alles klär. Ist glaube ich... Boah. Ist glaube ich sogar ein DLC. Ich weiß nicht, ob man hier was öffnen kann. Ich glaube nicht. Ich gucke mich hier mal ein bisschen um mit euch. Ja. Na ja. Ach hier. Quietsch. Okay. Kämpfen sie sich bis zur Waffenkammer des Gefängnisses durch. Klingt erstmal gut. Aber. Jetzt die Frage. Was verstehen die unter Durchkämpfen und... Wir haben ja leider keine wirklichen Waffen. Ich hab die jetzt leider noch nicht verkauft. Hat er sich verschluckt. Ja. Ich wollte eigentlich hier nochmal eine von den beiden wegpacken. Um eine Pistole nochmal mitzunehmen. Und halt ein bisschen Munition zu kaufen. Dass wir ein bisschen mehr mit Pistole spielen können. Falls es hart auf hart kommt. Ach guck mal einer an. Tarmusaktiviert. Scheibenkleister. Ich bin in dem Spiel nicht so gut mit Schießen. Ich glaube, das geht tatsächlich fast nur mit Headshots hier. Ah, geil. Okay, ich muss jetzt, ich möchte jetzt hier alle abklappern wegen der Munition. Sehr gut. Check, check. Check. Ich überlege gerade, haben wir jetzt alle gehabt? Ich glaube ja, ne? Hier. So. Gut, gut, gut. Wow. So, die Musik wird ruhiger. I hope, das hat auch was zu sagen. Naja, das Spiel ist halt, ich glaube, immer noch in Deutschland indiziert, was ich überhaupt nicht verstehe. Ironie übrigens, ne? So. Wow, ist das jetzt... Wow. Zwischen... Oh, ich dachte, die Zeit geht runter. Oh, Mist. Wollte. Genau. Gibt mir gerne eure ganzen Munition. Wenn man getroffen wird, ist das scheinbar sehr krass stark. Na. Haben wir schon alle aufgesammelt. So. Oh. Ahem. Okay. So. Da oben. Alter, was? Oh. Also. Uh. 30 Leben. Okay. Ich würde sagen, da hinten war gerade noch einer. Sorry, dass ich gerade so wenig rede. Weil hier sind Treffer. Dann doch schon ein bisschen krasser. Ich glaube, hier wird nichts drin sein. Kann er die Munition ab jetzt nicht mehr mitnehmen? Scheibenkleister. Scheibenkleister. Okay. Da gehe ich natürlich nicht lang. Huh. Was ist mit dem CPU los? Ich habe jetzt übrigens das erste Mal hingeguckt. Oh. 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 Okay, naja. Boah. Alter Schwede. Ich muss garantiert irgendwo hin. Was ist das denn? Nackerm Wurf. Ja, ja, keine Ahnung. Hauptsache, verteilt noch. Hier muss doch irgendwas sein. Äh. Okay, wartet mal. Wow. Der unendliche Dietrich. Na gut, ich meine, okay, immer wieder zwei ist natürlich jetzt auch nicht die Welt. Egal. Es ist jetzt eine sehr interessante Frage. Achso. Ob ich einfach durchrennen kann. Kann. Ich geh doch. Zack, 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 zack. Ui. Okay. Okay. Das ist ja cool. So. Ah. Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier eine ganze Folge drin verballern. also schon alleine die Hauptmission fand ich aber dem Spiel mega cool und ich darf jetzt hier nicht zu viel Lust entwickeln, weil ich muss mich ja auf Metro Exodus freuen. Polizist. Oh. Das hat ja nicht zu. Okay. Die kann ich scheinbar nicht plündern hier. Hä? Was? Wahrscheinlich auch mit Alt und D oder A, D oder so. So schnell habe ich das leider nicht realisiert, was da stand. Weil es gibt ja hier auch noch ein paar Moves. Ey, bleib. Stell dich hin. Oh mein Gott, ihr wisst ganz genau, was hier drin passiert. Das wird hier so eine Art Bosskampf sein oder so. Jede Wette. Ey. Ach du Scheiße. Ist das hier das volle Labyrinth oder was? Die Musik, Alter. Sind hier Türen drinnen? Nö, ach so. Hier sind gar keine Türen drinnen. Oh. Ja. Okay. Das ist lächerlich. Komm. Das ist jetzt wirklich lächerlich. Mal ganz ehrlich. Nein. Nein. Also ganz ehrlich. Sorry jetzt. Aber das ist wirklich lächerlich. Von wo kam der jetzt? Also jetzt muss ich gucken, ob die Leute da oben stehen. Wenn ja, dann kämpfe ich mich jetzt nochmal durch. Ah, vielleicht habe ich ja Glück. Und dann mache ich die nächste Folge ab da drinnen weiter. Weil das ist ja jetzt nun wirklich zu lächerlich. Sorry. Das ist ganz schöner Blödsinn. Ich meine, was kann ich denn dafür? Ist der jetzt in mir drin spawned so gesehen? Gut. Die sind hier nicht. Wenigstens das. Ja, dann ist er noch okay. Dann nehme ich euch jetzt nochmal mit, bis die Folge vorbei ist. Ja. 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 auch wenn du da oben hast. Wie? 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 Ja. Das ist jetzt Community. Wie? Wie? Hier war ich ja schon überall. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich, gebt da noch rum, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefeiert hat. Scheiße.